Stellen Sie sich eine Welt ohne Schmerzen vor, wo Knochen nicht brechen und Wunden nicht heilen müssen, weil sie gar nicht erst auftreten, wo Vorbeugung über Heilung triumphiert. In unserer Vorstellung existiert diese Zukunft. Aber nicht in der Realität. Noch nicht. Wir können Schmerzen nicht wegzaubern, aber wir können die Arbeit im Gesundheitswesen bestmöglich unterstützen. Indem wir uns nie mit einfachen Antworten zufrieden geben. Indem wir immer den Dingen auf den Grund gehen. Indem wir Ihnen helfen, während Sie anderen helfen. Indem wir mehr als 170 Jahre Erfahrung in Ihre professionellen Hände legen. Wo immer Sie auch sind, wo immer im Gesundheitswesen Sie auch arbeiten. Indem wir uns um bessere Produkte und besseren Service für Ihre PatientInnen bemühen. Wir wissen, Sie finden eine Lösung, wenn es darauf ankommt. Denn auch Sie möchten mit Engagement und Begeisterung Menschen inspirieren, Gesundheit verbessern, Fürsorge weiterentwickeln. Schritt für Schritt Tag für Tag pray 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1